Wieder zum zweiten Teil vom Playthrough vom Final Fantasy VII Remake. Dann schauen wir doch mal. Wir haben den Sound vom Handy ausgemacht noch. Hallo Zuschauer, wer auch immer du bist. So. Genau, wir waren stehen geblieben. Wir hatten die ganzen Nebenmissionen fertig gemacht hier. Ah, wunderbar. Jetzt geht's mit der Hauptmission weiter. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slans? Tiefer. Ich glaub, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nein, das haben wir alles gestern gemacht. Sind zurück. Fahrt ihr... spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Äh, ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lennchen, du wartest außen auf Jessie, ja? Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raftzahn. Beeil dich tiefer. Klaute. Immer seinem Geld hinterher. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Oh ja, ja. Saufen. Was darf es sein? Hast du... was Starkes? Na, den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Ah, der Wurzel. Hiho. Sieh mal an. Da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Klaut, ey. Übel Sauerkie. Zum Wun. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makro-Reaktor haben die Schnappfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt. Aber jetzt wird's ernst. Klaut, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Versprochen. Ja, ja. Wir laufen die ganze Zeit unserem Geld hinterher. Alles verarsche. Das war's. Sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich... Will ich nicht drauf geben, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir ne Beschäftigung suchen. Können wir jetzt Dart spielen? Ich will Dart spielen. Ist doch die Beschäftigung. Oh, warte mal. Ach. Es gibt ne Rangliste fürs Dart spielen. Yes. Yes. Dart. No. Oh. Achso, wenn's klein wird. Okay. zu greedy. ganz klarer fall. ach komm schon. der ist doch noch voll im triple drin gewesen. ah, glückgast. ok, 60, 60, 1. 60. ah. ok, dann gehen wir halt in runde 3 raus. oh yeah, dramatische cinematische sequenz sogar. ja, danke. ich werde vergnügen haben. damit bin ich nur auf Platz 7. das ist nicht akzeptabel. dann warte ich mal. oh, danke. gerade noch im triple drin gewesen. jetzt das ganze nochmal und dann eine 1. ok, jetzt machen wir mal eine 60 und dann eine 1. dann habe ich eine perfekte runde. yes. nein, warum? oh. oh. fuck. den leichtesten Wurf vermasselt. ach. noch mal. noch mal. können wir eine perfekte runde dart hinlegen. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 1. ist doch nicht so schwer. ok. ok. das ganze jetzt noch einmal. ach so, das ist der timer. ja. ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Danke So und jetzt bitte nicht verkacken Perfekt Tja Ah Gibt sogar ne Trophy Okay War klar Kann ich sonst hier noch was machen? Oder? Nicht so wirklich Ja 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 Gern. Kein Monat, die kein Geld haben, wenn alle die ganze Zeit Freibier kriegen und so. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. Na klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du, die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jessie, wo bleibst du? Ich komme gleich. Sorry. Okay. Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Jessie will doch auch was vom Cloud. Jessie! Ich hab riesen Kohldamps. Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Wegs, du alter Schluckspäck. Tats nicht so wund. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein grundmalaktischer Schnüffler von Shinra. Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab. Der taucht garantiert auf. Huhee! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht erkenntlich zeigen würde. Was klotzt du so? Hast du ein Problem? Tja. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast den guten Sinn fürs Geschäft. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier, Lan. Ich mag die neu gemachte Musik auch. Gibt's was zu meckern? Was klotzt du so? Halt so weit. Gehört vielleicht dazu. Aus dem Weg. Verpiss dich. Tut mir leid. Hey, was klotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders. Oder Boss? Ja, ja. Von Wallmarkt, genau. Dann passt auch die Mucke. Unser Boss ist nicht zimmerlich. Komm ihn besser nicht in die Quere. Ich werde jetzt gefuckte. Du bist nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorher's zumindest. Dann schauen wir doch mal, was die von uns wollen. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit meinst du wohl? Hör aber! Das sind alles da unten. Feuer ist wirksam. Oh ja, stimmt, ich hab ja voll gar jetzt. Ach, Feuerer. Ach, Feuerer. Brenn! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Feuer, Brand! Ihr sucht also nach nem Kerl mit Gewehrarm, ja? Äh, nun ja. Also? Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht auf! Nicht mit mir! Was? Was? Los geht's! Was will ich in Raoul von Barrett? Na ja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Genau. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut. Es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Aber Schwörungsmaterie. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erpasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja. In Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Hm. Oh. Das ist die Anzahlung. Die Freude. Oh Gott. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Ja, ja, ich ruhig nur noch aus. Ja, ja, ich ruhig nur noch aus. Ja, ja, ich ruhig nur noch aus. Wenigstens stimmt der Lohn. Ja, ich ruhig nur noch aus. Oh? Oh? Ja, ich ruhig nur noch aus. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm? Leben deine noch, Klau? Hä? Oh. Nein. Hm. 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 Oh. Okay. So stimmt das nicht. Dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! 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 Hey Jungs! Habt ihr eure gepatchten IDs dabei? Klar! Was denkst du? Dann los! Ihr Schnarchner! Oh! Was ist denn los? Festhalten links! Kann man jetzt schon Motorrad fahren? Ja? Ja? Dass wir drauf waren, hat Motorrad etwas mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion im Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja. Das habe ich zwar gesagt. Doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check! Yes! Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger! Was meinst du damit? Und diese Ruhm hat sich im Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden... Wird Alarm ausgelöst! Ganz genau! Ernsthaft? Na super! Ah! Kein Problem! Wir haben ja Klam dabei! Hast du bei Soldaten gelerbt, die man so eine Maschine gelerbt? Ja! Es gab viele Motorrad-Einsätze! Verdammt! Da wäre eine coole Rampe geworfen! Ein bisschen Schmeckerling in den Bauern haben! Aber... Wenn ich nicht werde... Das ist das Bord, das finde ich schlecht. Toller Tipp! Jetzt geht's auf! Du weißt nicht wohl drauf! Na klar freue ich dich darauf! Eine wilde Verfolgungsjakt auf dem Motorrad... ...die Akku um einen starken Halt geschlossen! Eine Güte... Ja... Ja ich bin nicht her... Was für ein Nackeskitzel! Jetzt ist es... Öffner wie geschmiert! Halten wir an, wenn einer Laden losgeht? Anhalten! Ganz generell! Wir sind nicht zu bremsen! Langsam macht es nicht richtig Spaß! Wir sind nicht zu bremsen! Wir sind nicht zu bremsen! Für uns alle! Danke! Sag mal, wie kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Mach dir nur sofort! Na ja! Sie kommen zu euch! Oh nein! Das kann nicht übel aussehen! Was machen wir jetzt? Jetzt schnell! Das bringt mein Gap Еще's mit der Ansehauf! Ein Rätlingerzett! Nehmen wir vom Hörbren! Stellt die Auf! Élite-Kämpfer! Ne, oder? Das klingt ja nicht gut! Da haben wir doch keine Diplomaten! Da bleibt ja sogar kaum was zu tun. Jetzt kommt auch nach draußen! Das hätte für die Schöne Drucker gehabt. Hey, gib Gas! Schneller geht nicht! Kein Problem. Das soll er heißen, kein Problem. Hier haben wir mich. Das war auch wieder wahr. Na dann, viel Spaß, Soldat! Ich hoffe, das geht weiter. Ah, der neue Char. Okay. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich. Direkt aber, Jessie. Don't run! Juhu! Drecklos! Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritzung mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Ganz sowohl. Klaus, hilf uns! Klaus, schnell hilf uns! Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Friede auftaucht. Fautcher! Wieso, hau dich ab? Was ist mit wem, diese Normung? Was ist mit wem? Was ist mit wem? Zuzug! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Na, auf ner Spritz-Tour mit deiner Lady? Wie? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut. Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Nicht mit denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte, guck bei mir nicht an! Wer ist denn hier? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Lodschäden! Ich bin vielleicht nämlich als eine Geschwindigkeit-Junkie! Du hörst ja doch! Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Oh, ist der ekelig! Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Jetzt wollen wir langsam einen Ganglöscher. Interessant! Was macht der Typ? Erkennung von uns ist an die neuen Stadt. Ja, nicht viel! Ich sehe Potenzial! Und liebe zum Motorrad! Doch noch! Fährst du nur, statt das Fahren zu leben! Mein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel! Es kann zu einem Teil von dir werden! Du musst es nur zulassen! Ah! Ahahahahahahaha! Not wie viel Sport어가? Ja, ich schaffe dich nicht! So semanas! Mein precision Leis! Ja, dich nichtüm cheat! Ja! Ja! Ach! Das war's für heute. Jetzt geht's haus her! Hör! Hier drüben! Hast du genug? Noch lange nicht, als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen! Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufholen! Möge der bessere Triumph wie ich! Nein, wie ist das? Harte Adventscheidung, wife of being Polkidissierer! Was? Nächstes Mal. Tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie, ja, jay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht? Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest du dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen? Dann fällst du runter. Sehe ich etwas zerbrechlich aus? Hm, zack. Halt dich ordentlich fest. Huh? Was ist? Was? Wärst du mich geschehen? Reingelegt? Hm. Klau checkt mal wieder nichts. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit. Und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut ihr beiden. Kommt, los. Aha. Klau, komm hier lang. Mimimimiimi. Darf man ja noch nichtmals in Ruhe die Gegend erkunden. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Zaubertrick, die Tür aufmachen. Hast du was verloren oder was? Ja. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Makro-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Na komm, Kleine. Weg isse. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Stamps support our troops. Heißt der Hund Stamps? Wahrscheinlich. Seht mal, das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie in Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Oha, ich kann da ein bisschen frei rumlaufen. Sieht aber nicht so spektakulär hier aus. Die Zeit drängt. Uh, ein Spielplatz. Okay. Um, ein Spielplatz. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Okay. Die anderen zählen auf mich. Keine secrets hier, erscheinend nischt. Okay! Der NLXXXXXXXXXXXXXXX! Ah, ist ja okay! Gut, los geht's. Claude, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleicht dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf! Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Das ist eine Katze. Na dann. Regenschirm, ultimative Waffe, ultimative Waffe. Kann ich nicht einsammeln, verdammt. Ah, die Katze zeigt mir den Weg, ja. Okay. Gut gemacht, Katze. So, dann schleichen wir mal eins aus. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir, dahinter sind wir. Tut mir echt leid, dass wir so spät stören. Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Proben? Geht so, wenn Jessie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat. Sie kann von dir kriegen, dass du dich in die Kühlung strickst. Als wäre der eine große Hilfe. Hey! Wir machen ordentlich krach und versuchen meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das ist so, schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Fehlanzeige. Jesse. 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 Wir lesen ihn. Lieber Papa, liebe Mama. Geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Goldsauce eine Rolle bekommen. Ich glaube, du lügst, Jesse. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Du lügst definitiv, Jesse. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jesse. Was? Oh, Cloud. Kannst du den Brief doch nicht einfach auf den Tisch legen, wenn er auf dem Boden lag. Jetzt weiß doch jeder, dass du hier warst. Ah ja. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Komm, Lisa. Ich bin... ... ich frage mir was passiert und versuche durch die Tür zu gehen kann ich nicht, ok die liebe zum detail das wäre erledigt und du willst im gold saucer bleiben obwohl du gerade nicht selbst auf der bühne stehst ohne sie würde da gar nichts laufen du vergeudest hinter den kulissen dein talent ich finde du solltest nach hause kommen du könntest dich doch am theater in sektor 8 bewerben ja irgendwann vielleicht ok mama so langsam müssen wir wieder los schon unser besuch war ja eigentlich gar nicht geplant aber wetsch wollte unbedingt eine pizza essen hat sich gelohnt bist du denn überhaupt satt geworden also ein bisschen ist eigentlich noch platz pizza net die seele leute mit knurren kann ich nicht arbeiten ich muss die sprengkapsel der nächsten bombe unbedingt austauschen aber leider kann ich meinen händler einfach nicht erreichen also will ich mir eine von shindra leihen hat es geklappt ja hat es jetzt wird es ernst mit dieser karte kommen wir in die lagerhalle rein ich weiß schließlich wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann aber dann waren wir ja nur zum essen hier die kalorien trainiert ihr gleich ab ihr beide geht cloud nämlich zur hand also ihr wisst doch wie wir drei vorhin meine mutter abgelenkt haben oder und die masche wiederholt ihr jetzt einfach noch mal ja also eine fitte du hast du vorzeigesoldat wie also sollen wir diesmal mit irgendwelchen shindra leuten pizza essen wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln wir lenken die wachen ab in der zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen hast du vorzeige wix sobald ihr mein leuchtsignal seht stürmt ihr drei den platz vor der lagerhalle macht ordentlich radau ich brauche möglichst viel zeit zum glück haben wir einen ex soldaten dabei ich bin mal gespannt wie die platten szene abläuft und deshalb achtet einfach auf mein zweites signal dann treffen wir uns vor dem komplex warte mal wie kommen wir zurück in die slums mit dem ersten zug morgen nein wir müssen noch heute zurück aber ich habe schon einen plan keine angst also hals und beinbruch gut starten wir das ablenkungsmanöver gefällt auf jeden fall dass die ganzen nebencharaktere die persönlichkeit haben er leidet an der marco vergiftung das ist genau passiert als jesse am theater im goldshauser ach interessiert dich sicher nicht doch red bitte weiter jesse wollte schon immer schauspielerin werden hatte ihr ganzes leben darauf hingearbeitet und endlich eine hauptrolle bekommen ihre eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie aber dann kurz vor der uraufführung ist ihr vater plötzlich zusammengebrochen überarbeitung er fiel in der entlegenen ecke einfach um und lag dann mehrere stunden bewusstlos in einer marco lache als man ihn endlich fand war schon zu spät seitdem liegt er im koma danach hat jesse angefangen sich mit büchern über das leben des planeten zu befassen und hat sich avalanche angeschlossen jesse glaubt fest daran dass die seele ihres vaters über das marco im planeten zwischen dem dies und dem jenseits hin und her wandert darum will sie die reaktoren zerstören um die seele ihres vaters im marco zu schützen findest du das komisch im gegenteil endlich kann ich eure motive mal nachvollziehen verstehe im marco fließen viele unserer wünsche und hoffnungen daher dürfen wir es nicht einfach benutzen wie es uns passt verstehst du auch wenn du wirst es zu dir ist sie ja immer nett glückspilz der komplex von dem jesse gesprochen hat am ende der mission treffen wir uns alle hier jetzt müssen wir warten bis jesse uns das zeichen gibt es ist so ruhig hier hinter müsste der platz liegen stoppen nicht eine wache in sicht oh shit hat jesse wohl verkackt da ist uns wohl jemand so vorgekommen das war aber nicht jesse oder wenn das mal nicht ins auge geht man kann nicht warum kann man hier nicht reinlaufen sie wird sich irgendwo von hinten an sie reinschleichen hier ist nichts training center ich nehme mal an hier werden wir später noch mal hinkommen aber jetzt ist hier noch nichts im training center oder warte mal doch warte mal doch aus dem weg aus dem weg ja schüss h h h h h kann ich schauen Ich bin bereit, bis sie uns weiterkommt. Tschüss. Keine große Sache. Kommen wir jetzt stärkere Gegner? Nicht schlecht als das. Kein Problem. Kann man eben auch immer wieder einfach nur gegen dieselben Gegner trainieren? Wahrscheinlich. Das wird so nichts. Das war abzusehen. Ich glaube, das bringt nichts außer ein bisschen... Ich bin bereit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann steht uns ja nichts mehr im Weg Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick Oben auf den Mauern Da bin ich Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier Nach Midgar Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann Ich bin aber nicht wie alle Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit Ich trete Soldat bei Ich will Soldat werden Genau wie Zephyros Der große Held Zephyros Soll dazu werden Ist bestimmt nicht einfach Zephyros Ich werde eine Weile Nicht zurück ins Dauern kommen Zephyros Kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not Wünscht sich doch jeder einen Helden Jemanden Der einem zur Seite steht Aha Jetzt versprich es endlich Oh, okay Versprochen Oh Ich habe gehört Du hältst nichts von dem Plan Einfach mit netten Bitten Ist Shinra nicht beizukommen Das weiß ich ja selbst Aber trotzdem Ich weiß nicht weiter Das war Jessys Signal Das heißt sie hat einen Weg rein gefunden Los Ja Bald und breit Niemand zu sehen Haben sich wohl versteckt Oh Heda Da Da ist einer von ihnen Knallt ihn an Was ist das? Stirn Da oben sind auch welche Da sind noch mehr Einrichtungen Auf Verstärkung Erledigen wir sie Ehe sie uns erwischen Los Kommt die Frische Auf Nummer 6 An alle Einheiten Sofort ausrücken Das ist eine Dann Die Die Ich 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 Es hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Wecknügel. Na, warte! Dreckiges Ungechiefer! Das war's dann! Das war's dann! Das war's dann. Das war's dann. Das war's dann! 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 Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Vorbereitung abgeschlossen. Schau sie her! Ist das alles? Ich bin bereit. Schluss jetzt. Wir haben noch ein paar mehr Mieden verteilt. Viel Spaß! Yeah! Yeah! Okay. 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 So weit, nahm dich. Auf ein neues. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Keine Güte! Na toll! Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu tun, mein Freund! Ich hatte dir doch versprochen... Das willst du beim nächsten Mal alleine austragen! Du hast einen Funk in mir gezündet! Mein Herz schlägt im roten Bereich! In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet! Wie? Aber... Verstanden! Aber... Selbst zu Fuß! Kenn ich kein Tempo Limit! Endlich! Du hast ihn in fehlenden Stelle! 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 Geh dir! Du hast ihn in fehlenden Stelle! Du hast ihn in fehlenden Stelle! Das wird so nichts. Eine Aufrufschung. Los! Hey! Komm! Zwecklos! Mehr davon... ...lass es mich spüren! Reiß noch! Mehr davon... ...lass es mich spüren! Keine Chance! Bringen wir die Tachonabel zum Zittern, mein Freund! Los! Jetzt los, die Blinze! 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 Die Blinze! Die Blinze! Die Blinze! Jetzt raus, die Kalentsche! Auf ein neues. Wird's bald? Alles ist nicht ordentlich. Oh, nicht! Kleine Schock! Mehr davon! Auch der Feind ist nicht schlecht! Mehr davon! Lass es nicht spüren! Niederknien! Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Noch mehr? Geschützer auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder! Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh! Du, mein Freund! Mein Freund! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Habt ihr ja Angst, dass man dich entdeckt? Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Hauchen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Entschuldigung. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materie aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Buch! Mehrere Terroristen haben das Gelände von Lada-Hardis-Gesicht gestohnt. Alarm zu beruf. An alle Einheiten, Festnahme einleiten. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Da freut er sich ganz bestimmt. Im Ruhnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Kor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Kor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Da seid ihr ja! Hey, wir gelüten! Das ist ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich bei den Fehlerlagen... Alle auf ihre Position! Jawohl! Wär das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel hab ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaub ich, ein Streifschuss. Mein Bruch auf! Zeig mal. Möran! Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß ne Verbrennung. Ne leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Wie los jetzt? Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird ne Überraschung! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Wum, die teleportieren sich durch mich. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Ausgangsschmeldung vorhanden. Wenn die reife Gruppe aktiv ist, kann das mal hergeben. Die Planung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischenfompen. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das ist das frage Fallschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüchtet in Ihre Häuser zurück. Hey, wir müssen sperren die alle auf die Straße. Wir haben dringend eine Lektion. Sie sollen die Verhäusern warten, bis die Wartungsarbeit abgeschossen sind. Also gehen Sie bitte verrückt. Kommt schon, hier lang! Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff-Klaube, ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen. Wollen wir es hoffen. Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meint nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und herkneten. Ich freue mich schon drauf. Na und ich erst. Puh. Ja, ja. Ja, ja. Klar, dass ich da auch gern besaggehabt. Sind wir überhaupt. Ah, über den Slums. Ich glaube, es war hier. Bingo! Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher los nicht! Na, Dad, vielen Dank! Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Kifa und Barret haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause! Klar. Oh, fast hätte ich es vergessen! Cloud! Bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch! Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Ach, da war sie auch einmal knattern. Oh, ich bin nicht schuld! Ich bin nicht schuld! Nein! Noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ah! Ah! Wah! Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles bis linken hier. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade... echt nen Lauf! Letzter Zeit, allerdings! Alles Clouds verdient. Ja! Zusammen sind wir echt unschlagbar! Okay. Hm. Also, ich komm auch alleine nach Hause. Ist ja nur ne leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel! Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse... Wings schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Die Monatszahlen der erliebten Bestien sind draußen. Seht doch selbst! Die Monatszahlen der erliebten Bestien sind draußen! Seht doch selbst! Die Monatszahlen der erliebten Bestien sind draußen! Hier wohnt Biggs. Hm. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Äh, also... Gib nach jedem Einsatz so ne Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Äh... Ach egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab nicht mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard... Hm. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse ne ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem... Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Ha ha ha. Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Trotzdem reingehen. Wusstest du von der geheimen Arbeitgeber? Morgen, ich nach Sektor 5. Na kommt meine Kleinen... Kommt... Kommt schon her. Wir haben Besuch. Na... Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann... Danke fürs nach Hause bringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieb. Von mir aus seid ihr. Fein. Wie brav ihr seid. Na, Bunny? Kannst ruhig eine streicheln, Kumpel. Welche findest du denn am niedlichsten? Kannst du die unterscheiden? Klar. Ist doch meine Familie. Das sind Sir Mounselot, Madame Bunnyban und Pasha Dora. Höchster Freude. Morgen, ich nach Sektor 5. Wusstest du von der geheimen Arbeitgeber? Dort die Felsleute auf den Flans machen können? Was meinst du? Es gibt Gerüchte, dass das Gehalt dafür richtig gut sein soll. Allerdings gibt es ein strenges Auswahlverfahren dafür. Hm? Irgendwie unheimlich. Ah, da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann... Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und weil du so toll warst, noch extra... Ich denke, das reicht. Na gut. Morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich aber nur, wenn du kommst. Okay. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch ne besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit malten, luffen, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh. Die Belege sagen mir nichts. Oh! Bist du süß, Cloud! Schon gut. Überlass alles einfach mir! Ist das die Synchronstimmung von Troy Like Sparkle von My Little Coney? Von Sauerkraut! Von Sauerkraut? Das lass ich lieber bleiben. Ehh. Ja. 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 Oh, Cloud! Schön dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause. Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Er sah dem Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barrett hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Es ging schließlich um Jesse. Lix. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bombe. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Hm? Tut mir leid. Aber ich hab da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Denk an Slum-Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Die Aktion morgen wird sicher auch ein Erfolg. Schließlich haben wir sie alle zusammen vorbereitet. Danke für den Besuch. Ich bin nicht mit Ihnen gestritten, weil ich aus Midgar weg will. Ähm... Ähm... So ein richtig starker Kerl soll jetzt... Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. So ein richtig starker Kerl, ja? Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. So ein richtig starker Kerl Es ist schon spät Ja Warst ziemlich lange weg Nur spazieren Weißt du Ich hab Johnny getroffen Er sagt, er verlässt die Stadt Johnny von gestern Der Typ Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin Steckt in Schwierigkeiten Ich helfe ihr Das muss ich Habs mal versprochen Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht Dass es so schlimm wird Willst du vielleicht reden? Ich bin da Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Echt mal Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht Ist das schlecht? Mh mh Im Gegenteil So machst du Marlene auch keine Angst mehr Jedenfalls bin ich erleichtert Dass du wieder da bist Aber jetzt bin ich müde Ich geh besser ins Bett Auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde Okay Schlaf gut, Cloud Du auch Tiefer Oh shit Die mysteriösen Dinger Die Dementoren Vergiss all deine Sorgen Was ist los? Schnell Komm mit Wir wollten gerade aufbrechen Als sie plötzlich auftauchten Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen Aber lange Sie hat es nicht gut Nichts wie hin Ja Jetzt können sie die sehen Ich bin ein bisschen irritiert Bereit Immer Schnell Wir drehen uns mal kurz eine Zigarette Bevor der Kampf hier losgeht Beziehungsweise der Handy zu Ende Ich dachte die Bichersequenz dauert ein bisschen länger Dem war leider nicht so Und So Ja Grab Ja Ja Dann Unbekannte Kreatur. Ich bin mal sehr gespannt, was das für Viecher letzten Endes sind. Unbekannte Kreatur. Unbekannte Kreatur. Okay. Okay. Ja, das ist mal Analyse. Unbekannt. 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 Nicht übertreiben! Es geht los! Sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Meine Beide hat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Was nützt ihr wohl auch? Ich kann noch nicht viel. Ich brauche noch viel Äther. Oh nein! Nicht schon wieder. Jetzt noch ein Weg. Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen, uns aufzuhalten. Cloud, hier lang! Das muss ein Eistraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh hier nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir! Ich bleib nicht hinter dir! Jans, Lans immer in Mitleidenschaft gezogen Ich komm! Weg da! Ich komm! Letzter Sanna! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Was ist das? 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 Okay? Was ist das? Ich hin? Was ist das? 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 Ich bin fast da! Schnell! Da drüben! Barrett! Kepa! Ich hab mir schon Sorgen gemacht! Haltet uns! Ja! Nimm die Pippe da! Wir müssen gleich zu ihm! Ja! Ach hier die Treppe! Okay! Aber vorher... ...checken wir ob hier noch hinten irgendwas ist. Du bist an der Treppe vorbeigenaufen! Ich weiß! Äh! Tifa! Ich weiß! Von hier wird das nichts! Tifa! Ist gut! Wir müssen zu Barrett! Schnell! Nein! Nicht da, Lanz! Okay, dann halt doch! Über diese Treppe sollten wir zu ihm kommen! Ich weiß! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Aber... Ich weiß nicht! Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert. Allesamt festnehmen! Was? Schluss! Da 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 da! Alles klar! Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Fenster! Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los! Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Ahahahahaha! Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier ... und nehmen uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zugrade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnür die Schuhe und sporte brav los. Okay. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesäubt. Genau. Die Analyse kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... ...häb ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt. Hä? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gaddis gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat es der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Jetzt geht es also hier lang. Okay. Oh, eine Kiste. Oh, eine Lexie. War hier nichts mehr, sonst war hier nichts mehr. Okay. Das Flickering vom Anti-Aliasing im Hintergrund. Delicious. Mit so nah! Das ability geliebt hat! Ein Bärisch Median! Genauso wie geplant! Komm schon! Die Mahler! Das war's für heute. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. 15 verschiedene Arten. Ich mach das! Was? Nicht wirklich. Ah, kann der Wettbewerb keinen Geflag sehen. Oh, gut. Ob es noch die Schleifen hier gibt? Bestimmt nicht in dem Teil, oder? Augen auf! Achte auf die Signale! Bix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Das war's. Das war's. Das war's. Die Schleifen hat sich immer reißen. Woher kommt wieder hin? Die Schleifung hat sich im Säbchen. Das war's. Aber den ist auch nicht so. butet oder die Hardymen bekommen. Die Schleifung hat sich immer super. Aber die Brau hat sich noch ein wenig geflaggt. Die Schleifung hat sich immer wieder gesetzt. War das alles? Was ist das? 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 Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt. Die Viecher sind eh bald zurück. Doch man ist keinen Sinn. Wo kommt die er? Nachdem wir doch getan werden! Das war's für heute. 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 Okay. Oh, wir sind in Abschnitt E. Das war's für heute. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Disconnected from the server. What is that? Oh, da muss selbst Heidegger zustimmen. Schön brav auf Vibrationsalarm. Gutes Vorbild, die Stimmere Soldaten. Oh. Oh, der hat einen Schiss gekriegt vom Boss. Hier ist er schlecht gelaunt, bestimmt. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermöden lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Oh, man kann mal die Augen ein bisschen sehen, krass. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich zu Leuten, die mir nützen. Heidegger. Ah, ich freue mich schon auf den fetten Palmer auch. Ah, ich dachte, das ist etwas mehr Video. Ah, okay. Das ist doch schon längst durch, Atze. Was stürzt du noch da hinten weiter rum? Mach da ein Drama, ey. Mann, 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 Mann. Der nächste Bosskampf wird bestimmt auch lustig gegen den komischen Roboter, der im Original die Party auf zwei Seiten splittet. Mal gucken, wie das hier umgesetzt ist mit dem aktiven Kampfsystem. Ich bin gespannt. Ah, den Tabak da hinpacken ist nicht eine gute Idee. Meine Katze guckt. Was mache ich hier für bösen Lärm? Ohne kann du auch können. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Äh, ja. Gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Und der Aufzug. Oha. Ab hier wird's leider etwas lästig. Hm. Ist es längst. Kapitel 5 anscheinend fertig. Eine Trophy gab's dafür. Hier müssen wir durch. Zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha. Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also wo lang? Plan E über F. G. Und dann H. Oh, der Planmeister Barrett. Nicht falsch, Pläne. Nein, wir sind in Abschnitt F. Also übergehe, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Bigs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt. Gehen wir. Heizen wir schon richtig ein. Hm. Okay. Barrett. Vorher gucken wir, was man hier shoppen kann. Okay. 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 Barrett. Vorher gucken wir, was man hier shoppen kann. Vorher gucken wir, was man hier shoppen kann. Kriegen. Ah, eins kaufen wir davon auch eher. Oh, Toxin. Davon nehmen wir auch einfach eins mit, damit wir es haben. Zum Vollgehalt. Ah, sie ist gemeistert. Auto Vita. Okay, die leveln anscheinend auch nicht gut. Analyse ist gemäxt und analysiert alles gleichzeitig. Sehr schön. Ein paar Materia-Slots werden ganz genullt. Die geile 2D-Textur der Slums. Mindestens so schön wie die pre-re-rendert Backgrounds aus dem Spiel damals. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Aber wir erkunden hier natürlich vorher alles Barrett. Die man jetzt nicht direkt zum Abschnitt geht. Der Schalter für diesen Strahler? Der Schalter für diesen Strahler? Das müssen wir bestimmt später machen. Ob der Schalter da geht? Kaputt? Da ist kein Strom drauf. Wir könnten's da oben mal versuchen. Ein Kontrollraum? Sehen wir nach! Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaub, hier oben verirrt sich generell niemand mein Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Wir haben auch noch ein paar Kräfte aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Wir haben sogar noch eine Power-Fortage. Ah ja, warning. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Jetzt darf ich die Lampen ausschalten. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Lichter ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Warnung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Wow! Von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Stromversorgung wieder hergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Danke, Cloud. So, damit werden wir in den Abschnitt gehen. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Ja, mehr Gegner. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tje, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Die weniger, desto besser. Verzüge dich! Geh genug. Nicht übertreiben. Aber Uncle Barret ist verlastet. Schnapp. Nicht auf der Wirtschaft. So darfst du weitergehen. Finde ich auch. Yay, ich hab's endlich fertig, okay. Kann ich später abgeben. Hier kommen wir nicht drüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen. Die gehen doch gleich an, Barret. Das ist uns doch allen klar. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Makro, das Schindler abbacht. Bis zum nächsten Mal. Alles okay, Cloud? Ja. Ha! Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Hmph. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Okay, okay. Das war's dann. Brenner! Und Schiss! Jetzt hab ich hier das an! Schluss mit Lust! Da geht noch was! Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinaus findet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon immer auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich hab es ihr auch schon oft vorgelesen. Hm. Was auf dem Kampf war hier irgendwie nichts. War doch, ne Puh. Nur 10 mal dran vorbeigelaufen, natürlich. SPR 2 Stil Schiff Schiff den Weg überprüfen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt es bestimmt besser. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Doe sind die Zache. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war abzusehen Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, seht mal! Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf Ja, könnte klappen Nee, oder? Ich hab keine Angst Ein Fuß vor den anderen Schön vorsichtig Immer nur nach vorne, nicht runter gucken Ah, jetzt hab ich runtergekuckt Ja, ich leide mit dir, Barrett, dröhnen am zu schwimmen Junge, 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 bei dem Dröhnen wird man ja taub Angst gekriegt? Ich doch nicht Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf Äh, ja Mir nach, Leute Wow Ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich Schön vorsichtig, okay? Ja Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht Ist das etwa? Wie? Lenk mich nicht ab, Mann Ich muss schließlich nach vorne gucken Puh Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft So, wie komme ich denn an die Materie am Lüftungsschacht und da hinten Da kamen alle die noch auf Cloud gewartet Okay Da vorne ist schon Abschnitt H Jetzt bloß nicht ausrutschen Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift Ja Das muss er sein Das muss er sein Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat Er müsste dort irgendwo warten Warnung, Stromversorgung unzureichend Schon wieder Dafür braucht es wohl drei der Strahler Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier Anders geht das wohl nicht Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück Das H1 ist gut sichtbar Gut Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist Der da Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen Sind das Licht Shinra's, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor Über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat Tch Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt Dann ist sie finster wie die Nacht Ich fühle mich ziemlich unterfordert Ich bedenkeine Die Seite sind die Staunen, die Siere Die Sandler der Strehler If, dann muss man sich über die Schatten Die Sandler Zur die Schatten Die eine Nacht der Sieg Die 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 Da, der Scheuter! Na dann, Licht aus! Stromversorgung wird wieder hergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung, Abwehrsystem wird hochgefahren. Natürlich. Das war's für mich. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll, muss unser Glückstag sein. Wo ist der nächste Strand? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. So gut wie er legt. Wurde schon ungedeutet. Jetzt wird aufgerollt. Da geht noch was. Ein Berg, übernimm mal. Ich leg los. Fertig. Nicht nur das Richtung. Ich zähle auf jeden Fall. Hier kommt Barron. Das kommt nicht. Schnell. Nach unten bleiben, Abzahn. Hier lebt das nicht dick aus. Ich zähle auf die Tölle. Jetzt immer rauf, na. Nichts lang lassen. Lass. Schön gewonnen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und Strahler Nummer 2 Nur noch dieser Strahler da Das Licht am Ende des Tunnels Hier kommen wir in die untere Ebene Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja, willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet Die Welt braucht nur eine Sonne Die echte Schinders dreckige Technologie ist kein Ersatz Unbegriff der Zutritt Verteidigung wurde kurz eingereist Nichts überstürzen Nichts überstürzen Gut, ganz nah Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, wie kommen wir zu der roten Materie? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Was? 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 Wir warten noch mal die 40 Sekunden. Wir warten noch mal die Wir warten noch mal die Wir warten noch mal die Okay. Ich sperre über das Terminal auf. Let's go! 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 Was? 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 Das ist ein Ende! Übernimm du! Das stimme durch! Los! Das stimmt nicht! Ich gebe nicht auf! Die Schacht! Wir müssen wechseln! Hochmut kommt vor dem Fall! Oh, alles Gute kommt von oben! Oh, das stimmt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das für eine Gelegenheit? 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 Oh, schluck auf. Hoffentlich ist Jesses Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra-Orth nicht zusetzen, ist das die beste Medizin für... Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Vatch angesprungen gehabt. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makro-Reaktor. Hä? Hä? Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Stromversorgung wieder hergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Yes! Auf nimmerwiedersehen, du scheiß Metall-Labyrinth! Oh! 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 Da drinnen wird uns der Geruch von Makro entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Oh! Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns! Schnell! Schneller! Komm zu mir! Ach, Barret. Mit seinen Halluzinationen. Oh! 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 Da gibt's Kämpfe da. Oh! Grundbevorteil Zutritt! Verteidigungsmodus wird eingeallert. Na, jetzt los. Da geht's los. Da geht's los. Bitte auf meine Pause. Dein Einsatz! Ich übernie... Oh... Ah, das Heliculose. Ah, das Heliculose. Ah, das Heliculose. Dann übernehmen. Roger, nicht übernehmen! Ah! Ah! Oh, das ist geschafft! Ah! Ein Bärm! Lass mich machen! Ich leg los! Ah! 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 Ufff Ich hoffe es kommt noch mal eine Bank oder so So, das muss reichen, weiter geht's Das stimmt auch schon mittlerweile So, das muss reichen, weiter geht's 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 Oh mein Gott ich hab Schlagringe, wieso hab ich die noch nicht ausgerüstet Fuck So, das muss reichen, weiter geht's So, das muss reichen Schwab So, das muss reichen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast wirklich ganze Arbeit gelastet, mein Junge Wir sehen uns später, okay? Logo! Gut, dann legt mal eure Seif hinten an Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab Wir schaffen das Natürlich Ah, Kapitel 6 abgeschlossen, okay Also, noch ein bisschen... Weiter nach links! Und zwar zack zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Behalt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen! Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst! Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja, sind fast am Reaktorkern Dann los! Ja, aber erstmal wird's gequipt Ah ja, ist noch nicht gemeistert Barret, meister bitte deine Waffe Gefällt euch der Krawatte? Okay, Schockschuss von Barret Der soll da mal schön noch meistern Und dann gucken wir mal, ob er eine andere Waffe kriegt Und wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch Alter, vor Coolness Das war steiler als ich dachte Du denkst zu viel Wie im Playstation-Spiel Schön die Röhren runterrutschen Ja, drei sind Matronkörer Hey Seht mal Wenn so ein Blechklotz uns angreift Sehen wir vermutlich ziemlich hart aus Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt Scheint das neueste Modell zu sein Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins Die Flucht Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf Noch Großes, großes noch Großes, großes noch General Electric Power Company General Electric Power Company General Electric Power Company Das war's für ein bisschen Das war's für ein bisschen Das war's für ein bisschen Hier Ich bin hier Dieser Geruch... erweckt Erinnerungen. Wieder was? Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich habe eine große Herausforderung. Ich finde diese Herausforderung, ich bin in den Körper. Ich finde die Erinnerung. Okay. Achtung! Oh, um die Tür stehe! Mit laser Verstärkung! Die knöpfe ich mir vor! Strom schlagen! Keine Chance! Los! Schweren Sie! Bescheid Sie! Bescheid Sie! Achete in die Tür! Die Krise ist weg! Schweren Sie! Schweren Sie es auf einmal! Lägen Sie in der Kielgruppe! was Sie! Das ist eine große Bewegung! Die Krise ist vorbei! Die Krise ist die Krise ist weggehalten! Ja, ich bin hier nicht. Was? 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 Hier kommt Farren! Haha! Wissen Sie sich nicht! Kaffee Los, es geht rein und lassen Sie mich machen! Was? 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 shoes Was ist das? Jetzt hab ich hier der Sack! Fischer! Da ist's! Schluss, Schluss, Schluss! Immer toll nicht bleiben! Du hast schon Vorarbeit geleistet! Ich vernehm dich! Denken bitte! Das war's dann! Pass! Ja! Pass! 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 Alles explodiert und tiefer beschwert sich über die Lautstärke von Barrett. Ist klar! Weiter geht's! Waren wir im letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Ja! Ach, da ist die Treppe! Leiter! Nicht Treppe! Leiter! Ja! 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 Ich hasse sie alle! Hey! Alles klar? Tiefer! Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Ka-wum! In Sicherheit? Wo immer, das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Kann ich einfach hier durchmarschieren? Nein, schade. Hey, Moment! Warte! Das Timing ist zu perfekt. Tja, dann gibt's jetzt wohl doch ein bisschen... Bossfight! Wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Unbeziehbar. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres, als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ja nicht. Ich fühlt euch geirrt. Eure perfiden Machen schaffen. Wird nämlich gerade live in ganz Schmitten da übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdroh vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschaffung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagswarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...hat der Autos von der Shinra-Konzerns eine sofortige... Was soll denn, ihr Scheiß? Mach schon! ...nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1, reagierte die Bevölkerung mit... Fass die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Mutti... Fass die Terroristen! Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann! Die zurecht aufgebrachten Bürger mit Gas... ...haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient! Mit einem spannenden Hügel! Der Blechklotz! Unser neuster Genie streitet ein vollen Landeswaffensystem! Der Airbuster wird ein Exemplar bestemmieren! Oh ja genau, Airbuster, so wie gesagt! Bericht des Wattungs-Trucks! Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit! Wir brauchen länger als erwartet! Wir sind auf Sendung! Hä? Befehl an das Sicherheitspersonal! Die Einbringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen! Nehmen wir mal vorhanden! Pssst! Pssst! F- P im Gehe Geh'em! Was ist das? Was ist das? Schnauze halten! Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robotschel lieben! Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zu Kommandovolkar führen. Ich wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen und zu Kommandovolkar führen. 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 Liefert das umgehend ab. Der Stabchef wartet nicht gern. Fracht vorladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen! So, dann lasst uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud, seht mal! Hey Cloud, komm mal! Cloud, guck mal! Meine Güte. Ich hätte gern die Kuhn gehabt. Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Fündig geworden? Ja. Sauber! Dieser Heidegger wird sich nach rumgucken! Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja. Eine Booster-Einheit, die mit Materielösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn irgendwas an der Atem B Die M-Einheit wird entsorgt. Tolles Gefühl. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Die M-Einheit wird zur Entsorgung. Nein, hier bin ich falsch. Moment. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grenst einfach nett in die Kameras. Die M-Einheit wird zur Entsorgung. 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 Dich. Ich schieße es für den Sammeln, okay? Transport von B7 initiiert! Verstanden! Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüft das! Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Wir reiben die Kappenpastung wieder auf! Feuer frei! Wir brauchen mehr Zeit! Heilen Sie irgendwie auf! Jawohl! Hier endet ein Gestuch! Hier gibt es zwei Liste samt Steuerpulten. Toll! Dann können wir uns ja richtig austoben! Aber nur mit Schlüsselkarte. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, schwere Entscheidungen. Überlasse ich dir, Cloud. Was ist das, das ich? Ja, ich kann nicht tun. Die Luft transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hier ist das, was für den ich für den Helden habe. Der Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Wir entsorgen den Gigabomber. Dieser Lift transportiert eine Gigabombe. Und hast du schon entschieden, was du entsorgen willst? Die Gigabombe wird entsorgt. Das wird dem alten Heiliger ganz sicher nicht schmecken. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Hm. Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir's ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Wunder. Entspanierst du? Hey Leute, hört mal alle her. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund... Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Eben, Barrett. Denken wir mal nach. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist verletzt. Sehr stark. Das für dich. Ein Barrett, du bist am Zug. Lass mich machen. Was? Du brauchst nicht. Ah, scheiße. Man kann mehr so diese Karte finden. Na, gehen wir erst mal zum nächsten Mal auf. B6. Alles verladen? Die Einbringlinge sind hier. Ach, lassen Sie mich jetzt. Die Gesuchten sind in Ebene B6 eingedrungen. Wir kommen dann. Verdammt. Weitere Verzögerungen können wir uns nicht leisten. Sorgt dafür, dass die Fracht hier herkommt. Das war kein Problem. Dann übernommen. Wir kümmern uns darum. Wir wollen nicht. Ist nicht sicher. Nein. Ah. Ja. Es wird zuerst. Ja. 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 eine karte gefunden nur eine dummerweise gibt es aber drei lüfte die qual der wahl 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 17 Die M-Einheit. Sie macht den Airbuster stärker. Entscheide du, was auf den Müll wandert. Die M-Einheit wird entsorgt. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. So, damit hat er nur noch eine M-Einheit, eine Big Bomb und all seine KI. Prost. Na dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch ein geladen, Cloud. Danke. Verzichte. Oh, überschaltvolle ist das. Oh, überschaltvolle ist das. Oh, darf ich? 박gebä�. Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Karte hier Nein, keine Karte Und auch keine Gegner B5 Bis B1 uns durchkämpfen Mal schauen Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5 Roger Die Eindringlinge Bringt sie zurück Nicht so stark Ha, einfacher geht's nicht Dann mal weiter Was wird von hier verschickt? Es gibt insgesamt vier Lifte Wir brauchen mehr Schlüsselkarten Immerhin zwei Sonst seh ich ja auch nichts mehr an Schlüsselkarten rumlegen Okay, was können wir entsorgen Amunits Big Bombshells Die hatten aber keine einzige Das machen wir Eine Gigabombe Wirf weg, was den Hobo am meisten schwächt Die Gigabombe wird entsorgt Dann entsorgen wir noch die M-Unit Falls es noch eine gibt H.I. Kerne H.I. Warte Ist das der Lift für die M-Einheit? Ja Wir sollten uns das gut überlegen Shinra soll sich schließlich richtig schön blamieren Die M-Einheit wird entsorgt Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken Ob wir es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten Ja Ganz genau, das haben wir Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet Er darf seine A.I. Chaos behalten Aber keine M-Units und keine Bombshells Wir sind fast draußen Tiefer Bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit Okay, machen wir mit dem Robo kurzen Prozess Ja Ach, scheiße Ich kann das Training Okayли Ich hatte das еру Was ist das? Was ist das? Ich zähl auf dich! Yippie, wir haben's geschafft! Kommt jetzt ein Freudentanz Meine Güte Cloud, drück doch die Taste Ah, jetzt sind wir da wo... Ah, okay Jetzt zeigt sich ob unsere Aktion Erfolg war! Blechklotz, wir kommen! Woff! ado Wie? Woff! 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 Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns noch etwas Zeit! Eindringlinge, wie gesagt! Wir brauchen noch etwas Zeit! Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge! Die einschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gebannt ist! Eindringlinge, auf Sie! Eindringlinge, auf Sie! Der Wettbewerb ist noch nicht fertig! Rettet, es ist egal, mach dein Mann! Hör! Hör! Geht, Dich, Dich! Geste, Dich! Geht, Dich! Machen Sie! Wissen Sie! Wissen Sie! Wissen Sie! Wissen Sie! Wir schlagen Sie! Das ist eine Art Status-Report dieses Roboters, oder? Im Kampf werden sich seine Schwachstellen zeigen. Wir müssen nur die Ruhe bewahren. Dann siegen wir auch. Wir sollten uns eine Sieger-Bose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir ja einen neuen Trend. Wenn nicht. Oh, eine Sackgasse? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gib schon den Weg. Da ist irgendwas. Hey, das war Herrschweig. Sehr leid. Oh, wasser Herrschweig. Oh, nee. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das ist unsere Chance. Das Ding hat uns den Weg freigeröhnt. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Das Ding hat uns den Weg freiget. Das war's. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nur mach hier schon mal deine Bolzen, Blashtlots. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Okay, Boss time. Jetzt dauert's nicht mehr lang, und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwirre ich. Ja. Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Wenn er nicht so grantig ist vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Wora wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Schilka mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie's scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboter-Teile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Dann will ich nix gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehm die Mittlerin. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei... Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Fantastisch! Das war perfekt getimed! Allerdings. Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Hagels Geschenke! Wenn du reinkommst. Zerregelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade. Nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel! Ja, versuchen wir's! Okay. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann. Warte auf Tiefas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Legt los, Tiefa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei... Stopp! Drückt in die angezeigte Richtung. Das wird schon. Eins, zwei... Stopp! Hahaha, das war nur zum Aufwärmen, okay? Wir schaffen das. Eins, zwei... Sicherheitsstufe eins aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay. Die nächste Runde. Eins, zwei... Sicherheitsstufe zwei aufgehoben. Super! Ich glaub, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinrains auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Ist ja auch so schwer. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei... Was? Versuchen wir's nochmal. Jetzt aber. Eins, zwei... Sicherheitsstufe drei aufgehoben. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei... Sorry! Wir schaffen das. Eins, zwei... Ja! Sicherheitsstufe vier aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Echt mal. Oh, hi! European Extreme. Das ging schneller als ich dachte. Gute Arbeit, Leute! So, Big Boss Fight steht da. Ich werde, ich werde ein Game Over kriegen. Ich hasse den Boss. Der war schon auf der Playstation 1. Crap! Aber jetzt gibt's erstmal den dicken Loot! Oh! Bevor wir hier nachher rausgekickt werden, erstmal die Materie nehmen. Eine lila, ne? Magie Boost. Absolut useless. Okay. Vielleicht später useful, wenn Aris im Team ist. Aber jetzt, naja. Tatsächlich! Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stoppt euch die Taschen voll! Und zwar pickepacke! Yeah! Loot! Gigabombe. Gigabombe. Ach, das gibt Äther, die M-Units? Äh! 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 Ah, Phoenix V dann auch anscheinend. Noch eine Gigabombe. Und zwei Supertränke. Okay. Kann man mitarbeiten. Ja, 500 Punkte Damage direkt. Die werden wir gleich einsetzen. Oh geil, man kann sich nochmal ausruhen und shoppen vorm Bosskampf. Dope. Und neue Musik. Bombing Mission. Äther sind irgendwie sehr selten hier in dem Spiel, hab ich das Gefühl. Ja, das ist irgendwie sehr selten hier in dem Spiel, hab ich das Gefühl, 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 hab ich das Gefühl. Ja, der Boss, der jetzt kommt, hat in dem Original halt ne nervige Mechanik, dass er die Party aufgeteilt hat in zwei kleine Gruppen so gesehen und mal gucken, wie sie das hier umgesetzt haben. Jo, jetzt kommt der Kampf. Auf, ins Vergnügen! Lost Battletime! Oh, ich sehe das Fuggen von Marco in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller dicken liegen. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schießer. Natürlich. Ich lasse lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmiss, den ihr täglich verzappt! Nichts hat zu klagen. Redkopf erbärmliche. Zeitverschwendung. Hm. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Marco wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Hm. Es sind tatsächlich wir, die das Marco fahrern. Aber wer nutzt es denn tatein, 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 Tatein? Ihr alle wisst, woher das Marco stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schicken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slaus. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wu-Tai. Stachet die Kriegslust unseres Volkes an. Wu-Tai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch dämliche Kraft. Hey, was soll das werden? Ihr Nadler, ihr habt das Heft schon seit Langer nicht mehr gehabt. Wir haben uns viel mehr in die Hände gespielt, bei unserer sautsam geplanten Kriegsanitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Schindler. Tja, was sollten sie auch machen? Ich meine, sie hätten auch die Bombe entfernen können in aller Seelenruhe. Aber jetzt kommt der nervige Boss. In dem Aufrollen, die Heide mit Gas, Average. Niedere Anklager der Rebellen aus Wu-Tai. Wir werden euch hier und heute unschämlich machen. Der Airbuster. Oh ja. Genau so wie beim Fächtig-Neinster. Also ist er eine Gerry-Neinster. Oh ja. Oh ja. Oh das ist ein Fächtig. O Oh ja. Sehr. Ah ja. Ah ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich bin jetzt hier auf der Kantechon. Ja, ich bin jetzt hier auf der Kantechon. Also, wenn ich das hier auf der Kantechon-Kantechon-Kantechon-Karte habe, dann geht es hier auf dem Kantechon-Karte. Ah, da ist er... Ja. Ah. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah! Ah, da ist er. Ah, scheiße. Er hat keine Gigabomben, Bitch. 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 Oh, das ist neu. Okay. Gebt mir einfach etwas Rückendeckung. Jetzt, stürzt euch auf ihn! Das lässt ich mir nicht zweimal sagen. Welche letzten Worte? Alter! Geht mir einfach. Kein Glück hier geschehen, Bushmen. Geht mir einfach. 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 Ich zeichne eurer Niederlage und es wird ohne Dienste leisten können. Gleich geschafft. Bleib mir zusammen, Mann. Ich bin bereit. Genialtische Dillung. Oh, scheiße. Scheiße. Okay. So, jetzt knallt's. Oh, crap. Crap. Barret-Bord. Oh, fuck. Oh, fuck. Out of fucking range, that was. Oh, fuck. Ach, der lebt noch, wie Barret. Fuck. Ich zähle auf dich. 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 Backstab. moisture. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Auf dich. Gleichfalls. Ich zähle auf dich. In die Luft fliegt PC wieder weg. Scheiße! Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um tiefer. Danke. Für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Klaus! Weg hier! Nope. Wir fallen dann mal. Wir fallen dann mal. Zeit für eine Zigarette, weil jetzt kommt erst mal Peter Sequence. Bist du okay? Hörst du mich? Oh, das ist der... Oh ja, äh... Ich will nicht spoilern. Damals. Damals. Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentriere dich jetzt erst mal nur auf dich selbst. Also. Schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nichts sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin... Willkommen zurück. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du. Bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Oh, jetzt kommen noch die Turks, das erste Mal. Das erste Jaws. Mal gespannt. Hey, Cloud. Du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Kann er jetzt auch nicht in die Zukunft sehen? Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Gut. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Ach, die schöne Musik. Schade, ich sehe ja. Wenn mir doch nur jemand dabei helfen würde. Also ein bisschen Zeit habe ich. Juhu! Na dann. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Er sah als homo Augen. Klar, warum nicht? Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Hm, ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Hm, erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Tretet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Dauert nicht lange. Dann mach! Hör mal, Alter! Ihre Bodyguards sind immer noch wir! Ach, wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal beschückt? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe! Dann erwarte auf keinen Dank von mir! Das reicht. Dann... Ah, läuft sich anders, okay. Oh, Rino fightet jetzt, okay. Okay. Blitz ist schlecht gegen ihn. Ja, ich bin bereit. Jetzt komme ich! Verdammt! Ja! Glückstrecker! Hat unser Bodyguard etwa Angst gekriegt? Komm schon! Was ist denn aus deinen großen Getöme geworden? Jetzt komm ich! Kinderspiel! Hey! Jetzt zieh' dich nicht so! Verdammt! Ach seite! Gut ausweichen! My turn! Fast! Los! Wies auf frei! Volle Konzentration! Ja! 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 Okay! Ja! 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 Du bist ziemlich hartnäckig! Hä! Ah, Phase 2 Oh, hier kommst du los natürlich Hier Hier Ich bin hier auf dem Wasser Es wird los Sieh an! Hast dich wohl etwas überschätzt Für mich Kinderspiel Okay Hier ist es Zeit Okay Ah, Scheiße Okay Fuck Ich bin hier Nicht schlecht Geht's dann mal los, ins Offheim! Sieh jetzt, wirf nicht den Schwanz ein! Da! Jetzt wird abgerechnet! Schöne auf, im Leben zu kämpfen! 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 Dann komme ich! Alles ist vorbei! Wie wär's mit Nachschlag? Nicht gut, nicht gut. Hallo Bo, ihr tretet auf die Blumen. Sechs unsere Leichen. Hier. Geh nur mit dem Abhängen. Wins aufreißen. Glückstreffer. Und Wasser. Habt ihr schon mal von Karma gehört? Da. Dann mal los. Los. Wenn die Blumen euch verfluchen, seid ihr selbst schuld. Händerspiel. Es ist auf. Dann schnapp ich nicht auf meine Blumen. Hast du etwa an? Dann los. 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 Du verstehst das nicht, Mann. Carsten hat eine Cast-Zeit. Oh, das ist auch neu. Lasst mich und schnappt sie euch gefälligst! Jawohl! Dieses Mal? Greifen sie uns gar nicht an! Hey, aufwarten! Los! Geh her! Geh, hör auf! Sie scheinen sich, uns in den Weg zu stellen. Aber warum? Vielleicht, dann sollten wir nach oben! Wir müssen uns aus dem Stab machen! Vielleicht wollen Sie uns hier nach oben gehen! Könnte eine Falle sein! Von dort kommen wir hoch aufs Dach! Hast recht! Durch das Loch dort! Kamera? Hallo? Oh! Es hat mich... geschützt! Beeilung! Komische Viecher! Wir müssen uns auf den richtigen Weg zeigen! Bleib wachsam! Nein, leider nicht. Leider habe ich nicht die Nummer der Ghostbusters parat. Naja, wir kommen später nochmal zur Kirche. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben! Hey, sieh sie! Hey, alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... Wir können doch nichts anderes. Wenn ich den abtrenne. Sollte gehen. Was soll das denn? Wir kommen nicht ran! Doch. Machen! Ach. Oh Gott. Einmal... Oh nein, Cloud. Genau. Jetzt! Okay. Warte! Geh ein! Du bist erledigt! Dort drüben! Hier lang! Hier lang! Wir attacken! Irgendwie vor ich sterbe, wenn ich hier rumkletter. Öff, 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 öff. Hallo? Ach, ich soll nach drüben zu Aerys. Äh. Die Szene hätte hier echt nicht sein müssen. Kletter, die kletter, die kletter, die kletter. Ich bin verwirrt. Die Kletter, die kletter, die kletter, die kletter, die kletter. Meine Güte, muss ich da genau an der Stelle sein? Ach. Vielen Dank! Verschwinden wir! Komm! Geh dir los! Achso. Halten. Sie sind aufs Dach geflohen. Ina? Nee. Wir hauen ab. Aber Sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Au! Tut das weh. Hier sind auch welche. Hoffentlich. Greifen Sie uns nicht an? Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Hm. Ach. Der Wachmacher. Ja. Die beste Szene vom Spiel kommt jetzt bald. Wir nähern uns der geilsten Szene eigentlich vom Remake, nämlich die Cross-Dressing-Szene. Ja. Kommen wir mal noch ein paar Sachen vorher. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Oh, ist ja eine Truhe. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. So was machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Wer hat diese Wege über die Häuser gebaut, frage ich mich immer. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Ach, eine Leiter ist da. Gar nicht gesehen. Und es ist so dunkel. Halt, stopp. Halt, stopp. Nein, hier ist nix. Hier ist nix, okay. Jede kleine Ecke wird untersucht. Das ist nix. Untertitelung des ZDF, 2020 Warte! Nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komm ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leute sind ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Sagte sie und fiel vorhin fast von der Kirche darunter. Huch, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Das ist die größte Sorge von Cloud, die Nachbarschaft zu stören. Voll rutsichtsvoll. Kannst du mal sehen. Ich mag es, ein Penner zu sein. So stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Keine Her... Achso, kein... Ja. Ganz klare Sache. Weil würde Cloud aus Herne kommen, dann würde er noch um 2 Uhr morgens Party auf den Dächern der Slums machen. Und auch um 3 und 4. Eigentlich immer. Weil es ist dann völlig egal. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Was? Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lasse dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Bleib da auf der Pipe stehen. Gehört nicht zum Job. Langeweiler. Mach mir nicht mehr Arbeit. Sie jumpen die ganze Zeit durch die Luft und so weiter, weil es hier mal kurz runterklettern über die Dächern. Das ist nicht drin. Oh ja, die Superrutsche. Meine Güte, wie weit denn noch? Schaffst du das? Natürlich! Zack, fein gebrochen. Pendyshot-Option? Was ist das denn für ein Smiley? Ach, eine Hand, die nach einer Klippe greift. Eris Gainsborough ist jetzt im Team. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Hm. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auch besonders cool macht. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt weit laufen. Na, wir gehen erst mal nach hier hinten. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Och, wenn wir nochmal in die Kirche rein können. Nein, wir können nicht. Okay. Wenn mir eine Sache in dem Spiel echt auf den Sack geht, dann genau das hier. Wo willst du hin? Ja. Ich hab dir gesagt! Kann ich schaden. Ah, jetzt elementare Attacke. Ah. Ah. Und los geht's! Ha? Wer ist für dich? Ich muss doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Das ist Vision. Das ist Vision. Da sind alle ihre Angriffen auf Frost. Und los. Und los geht's mit mir. Und los geht's los. Überlass das mir. Ich barter. Was? Das war's dann. Wir farben nicht weiter. Das war knapp Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann Mehr gibt es nicht in meiner Welt Lass bloß nichts am Image kratzen Das ist ein Bahnhof Das sehe ich selbst Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor Sehr witzig Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig! Ich bitte Sie! Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal! Sei ruhig! Nicht so laut! Ganz schön, was ist los? Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann Oh Ach ja, der Reaktor ist eigentlich rumgegangen Er brennt wirklich! Schlafen die? Ich glaube, die sind eher besorgt Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt Dann hast du aber Glück gehabt Pass bloß auf dich auf Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, gar nicht Verstehe Einfach so eine Explosion auszulösen Hey, Cloud Warte doch Nein, 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 nein BiaBi, Korzel von der Katze wegmachen. Untertitelung. BR 2018 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 Was geben wir denn denn? Oder lasse ich hier einfach das, was ihr jetzt anhat? Ah, ja, grüß ihn mal von mir. Wie lange ist er noch da? Frag ihn das mal, weil dann würde ich eventuell nachher auch noch rumkommen. Ach, bis 8, nee, das darf ich doch nicht. Hmmmm Das war's. 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 So, hier. Nimm. Gut, dann mal los. Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Aha. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du, welche nehmen wir? Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Total. Nimmelab nur irgendwelche Blumen. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Hämchenhof gehen. Lass uns zum Hämchenhof gehen. Lass uns zum Hämchenhof gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier gibt es nicht sehr viel zu finden anscheinend. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier gibt es nicht sehr viel zu finden. Ich warte hier auf dich. In Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Das ist ein guter Punkt zum Speichern. 11 Stunden Spielzeit mittlerweile. Gut, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Ich werde mir jetzt eine Kleinigkeit zu essen machen und dann mal schauen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und morgen geht es dann wohl weiter. Das ist ein guter Punkt zum Speichern.